wunderschön herzlich willkommen hier auf meinem kanal jetzt kommt auch mal ein video von meiner seite und heute stelle ich euch den mindroboter von dally leo vor probier dein roboter und spiel mit ihm ja schauen wir das mal an und packen ihn mal aus ja ich hab das mal hin gelegt und packen wir es mal aus nee achja ach mal schauen wir auf die rückseite und sehen hier einmal den roboter greifarm schaltplan bedienungsanleitung elektronische leiterplatte elektromotoren batteriefer mit decke led kopfkörper visier hals arme greifbare hände und so weiter machen wir mal diese folie da auch und so und so und so und so und so So, kann man es sehen, nicht ganz, aber es macht nichts, so, ich, sieht doch schön aus, und, ja, dafür, mein Ding fällt mir hier immer runter, was ich gerade nicht so toll finde, aber, jetzt schauen wir mal rein, was in dem Karton ist, viel Spaß. So, schauen wir mal rein in den wunderschönen Karton, wenn ich den hier mal aufbekommen werde, juhu, ich habe den aufbekommen, So, da sehen wir schon, die ersten Einzelteile von dem Ding, so, einmal hier sowas, einmal die Leute-LEDs, Dialog, dann einmal das Batteriefach, dann, ja, andere, ähm, weiter, Arme, oder für den Greifen, ähm, die Hände, ähm, zum Schalten, ähm, noch sowas, Dann, einmal hier eine Bedienung anleiten, ähm, keine Ahnung, dann nochmal irgendeine wichtige Information, Hinweise, Ja, ja, das brauchen wir auch nicht, aber hier die Anleitung auf Deutsch brauchen wir, Ach, da, also, Bein der Macht wohl, na ok, ähm, weiß, nicht mehr von Schönen, ähm, da haben wir, ähm, Äh, Finish, Äh, Hi, Nicht statt, Sondern Ziel, So, Einmal, Und Zweimal, So, Den Karton Nehme ich mich dann auch mal weg So, Hier tue ich das dann hier alles mal hinstellen So, Ich baue mal das hier kurz zusammen Da ist das so Einfach mal hier Und das soll ein Dreieck werden Und hier einfach mal rein So, Ich will ein Profi sein im Thema 3D Puzzle Bin ich auch Speed Rennen So, Und hier auch noch mal So 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 Mach Ups Das wollte ich nicht Äh, Nicht so 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 Ja, ich sag damit einfach, damit sind wir fertig, äh, tue ich mal unter, so, damit schauen wir mal hier rein, ja, Erklärung, Pipo, so, Drucker, Herstellung, deine Leiterplatte, äh, als gut erklärt, ähm, Platine, was, was ist, und, ja, so, wir brauchen mal das Auge und dieses Ding, so, und hier ist eine, das eine Teil, ähm, und das Auge brauchen wir, so, vor zwei Sekunden, ich, wenn wir meine Aufnahme, äh, die ich abdischte, aber wir machen da weiter, wo wir auch gehört haben, und, ja, dazu braucht ich mal eine Schere, die ich auch frisch befreit habe, so, so, das haben wir, das muss mir hier eingesteckt werden, so, und, das haben wir auch dann, ja, so, das schafft, das sieht dann, so aus, aber, wie ich weiter, die Dach-Erfahr, erfährt er, in der nächsten Folge, bei Teil 2, damit noch viel Spaß, tschüss, wunderschön, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, zu Folge Nummer 2, von mein Roboter, ähm, und von Daniel, und, damit geht er weiter, beim Zusammenbau, Bau, dieses Roboter, so, ach, da, 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 dann, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen auch, der Tüte hier, glaube ich mal, ähm, Jetzt brauchen diese zwei komische Teile, die ich nicht mache.